Bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen. Alles, was Sie nicht benötigen, gibt es bei uns nicht. Genauso flippig wie sein Motto ist auch der Salon Haarscharf & Beauty in Seefetalmaschen selbst. In dem unkonventionellen Friseurstudio sind nicht nur trendbewusste Damen, sondern auch Kinder und die Herren der Schöpfung herzlich willkommen. Wer glaubt, dass sich die Künste des Haarscharfen Teams in Friseurleistungen erschöpfen, irrt gewaltig. Zum Beauty-Verwöhnprogramm gehören auch Kosmetik, Permanent Make-up, Nageldesign und professionelle Fußpflege. Bei solchen Fähigkeiten ist es kein Wunder, dass Inhaberin und Friseurmeisterin Nicole Zwick ihr erstaunliches Können auch schon in der Fernsehsendung Shopping Queen zeigen durfte. Damit die Mitarbeiterinnen Sie hier immer nach dem letzten Schrei stylen können, nehmen alle regelmäßig an Weiterbildungen teil. Haarscharf & Beauty – der etwas andere Styling-Salon in Seefetal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017